Ich persönlich kann das nachvollziehen, dass an unterschiedlichen Standorten unterschiedlich viele Leute in Stadienklasse werden. Ich gehe davon aus, dass es einfach, oder es wird berücksichtigt, wie viele Corona-Fälle es gibt in der jeweiligen Region. Dann sind die Gesundheitsämter in der Verantwortung in den jeweiligen Gegenden und Gebieten. Vor dem her, es geht darum, das sagen wir jetzt schon seit Monaten, für mich geht es darum, dass man verantwortungsbewusst vorgeht und versucht, Schritt für Schritt zu stehen, der Herzstelle, die uns alle glücklich machen würden. Und da geht es nicht, alles über einen Kamm zu scheren, sondern ich glaube schon, dass man je nach Gebiet drauf schauen muss. Man muss natürlich dann auch erwarten können, dass die Leute da verantwortungsbewusst vorgehen und nicht mit zweierlei Maß gemessen wird. Aber wenn unterschiedliche Bedingungen herrschen, dann müssen wir ja versuchen, dass man jetzt jemandem neide, der irgendwo anders schon oder Dinge machen kann, die wir vielleicht nicht machen dürfen. Auf dem Weg geht es schon gar nicht. Sonst geht es ja wieder nur im Internet und über irgendwelche anderen Sachen. Sondern es geht nicht über Neid, sondern es geht darum, dass vernünftig gehandelt wird. Und wenn ich höre, dass irgendwo im Stadion es funktioniert hat, dass ein paar tausend Leute da sind und es funktioniert und es ist vertretbar und es wird durchgeführt und es klappt gut, da bin ich der Erste, der total froh ist. Weil das gibt uns eine neue, bessere Perspektive. Und ich finde, so sollte gedacht werden. Das halte ich für den richtigen Weg, dass wir wieder zurückkommen.